Hallo Niki, hier ist dein Hund, die Kira und guck mal, wie ich aussehe. Das kommt, weil du mich immer mit fremden Leuten allein lässt. Du weißt gar nicht, was die für kranke Gedanken haben, Niki. Vielleicht hat mich ja jemand jedes Mal verprügelt, wenn du nicht da warst. Und getreten. Oder mir Kugelschreiber in die Muschi gesteckt. Oder sogar eine Schere. Oder jemand hat mir Harspray in die Augen gesprüht. Oder hat mich vollgepinkelt. Oder mich gewürgt. Du denkst, dann würde meine Kira sich bestimmt wehren. Ich, Kira, sage, wenn jemand sowas tun würde, dann würde ich verängstigt in eine Ecke kammern. Ich sage nicht, dass jemand sowas passiert ist. Ich sage nur, es könnte sein. Ich sage nur, es figuresolo, es geht auch in Tärk Dudeln. Ich sage nur, es geht um, wenn wurden wir, dass du dich P Mystgere einen Anstieg umschlagpunt bistüz. Vielen Dank.